Als Querel des Ancient C des modernes KELDEZSJEDEMDN bezeichnet man eine geistesgeschichtliche Debatte in Frankreich an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Es ging dabei um die Frage, inwiefern die Antike noch das Vorbild für die zeitgenössische Literatur und Kunst sein könne. Geschichte Ausgelöst wurde die Debatte am 27. Januar 1687 in der Académie Française als Charles Perrault anlässlich der Genesung Ludwigs XIV. Sein Gedicht Lécile de Louis-Légrant vortrug, indem er das Zeitalter Ludwigs XIV. Als Idealpries und zugleich mit Hinweis auf das augustäische Zeitalter die Vorbildfunktion der Antike infrage stellte. Dies erregte unverzüglich den Protest des Akademie-Mitglieds Nicolas Beulot des Pro. Der Streit verschärfte sich, als Perrault ab 1688 die vier Bände seiner Parallele des Ancient C des modernes publizierte, worin er seine Angriffe auf die alten wiederholte, indem er in einem fiktiven Dialog ihre vermeintlich schwachen Leistungen mit den in beinahe allen Bereichen des menschlichen Lebens überlegenen Errungenschaften der Modernen konfrontierte. Zuletzt musste er allerdings konzidieren, dass die Leistungen der Alten in der Kunst und Literatur offensichtlich nicht mit den allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen zu verrechnen, seien und daher auch an sich einen Wert darstellen können. In der Folge bildeten sich zwei Lager heraus, die sich mit zahlreichen Publikationen bekämpften. Außer den genannten zählten zu den Alten unter anderem Jean Rasin, Jean Dela Fontaine und Jean Dela Bruyere. Zu den modernen, vor allem Bernhard Lebovier de Fontainelle und Jean des Maritz de Saint-Sorlin. Der Streit ging dabei im Grunde um zwei gegensätzliche ästhetische Modelle. Zum einen das Prinzip der Nachahmung, das sich an der Antike als absoluten Schönheitsideal orientierte. Andererseits das Prinzip der freien Imagination des Genies, das aus sich selbst schöpft. Auf Vermittlung Antoine Arnolds kam es schließlich zu einem versöhnlichen Brief Beulos an Père Raoult und am 30. August 1694 sogar zu einer öffentlichen Umarmung der beiden in der Académie Française. Betrachtet man die Reaktion des zeitgenössischen Publikums, so behielten Père Raoult und seine Partei die Oberhand. Naturgemäß führte die QL aber zu keinem eindeutigen Sieg, sondern verlief allmählich im Sande. Allerdings kam es im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts zu einem Wiederauflammen der Debatte. 1713 publizierte Antoine Houda de Lamotte, zu diesem Zeitpunkt waren Père Raoult und Beulot bereits tot, eine Übertragung der Ilias, die gegenüber dem Original deutlich gekürzt und an mehreren Stellen mit dem Ziel, Fehler, Homers auszumetzen, verändert worden war. Dem eigentlichen Text stellte Lamotte einen Diskurs sur Homere voran, worin er sein Vorgehen rechtfertigte. Dennoch erregte er den Widerspruch von Anne Dessier, die 1714 mit ihrem Buch des Cosses de la Corruption du Gaud reagierte. In Verlängerung einer Diskussion aus dem dritten Dialog in Père Raoult's Parallele kam es so zu einer Debatte über den Vorzug von Original oder Übersetzung. Dieser Streit, in den auch andere Autoren, insbesondere François de Salignac de la Maafenelon, der Abbegin-Terrassen und Jean Boévin eingriffen, endete 1716 wiederum mit einer persönlichen Versöhnung der Hauptkontrahenten und ging unter dem Namen Querelle Domere in die Literaturgeschichte ein. Auch wenn der Disput sich damit im Wesentlichen erschöpft hatte, wirkten die von der Querelle gegebenen Anstöße in die Diskussion der Aufklärer hinein und darüber hinaus bis in die Romantik weiter. Der antike Einfluss in der französischen Literatur blieb unterdessen stark und lässt sich selbst bei Baudelaire noch nachweisen. Geschichtlicher Hintergrund Die Grundlagen der Querelle des Ancient C des Modernes wurde in Frankreich wenigstens 25 Jahre zuvor gelegt. Nach der persönlichen Machtübernahme durch Louis XIV. stellte sich die Frage, welches das angemessene kulturelle Dekor für die Illustration dieser Herrschaft sei. Des Marz de Saint-Sorlin vertrat dabei in zahlreichen polemischen Schriften die Auffassung, Dass eine moderne französische Literatur nur dann den Anforderungen der Gegenwart entspreche, wenn sie auch christlich sei. So könne es eine neuzeitliche und christliche Monarchie nicht ertragen, wenn sie mit den Mitteln der antiken Kunst und Literatur gepriesen würde. Denn mit dem antiken Pantheon könne man keine wahrhaftige Literatur produzieren. Zumal die Götter der Antike alles unglaubwürdige Götter einer heidnischen Religion seien. Einzig eine von christlichen Quellen, heiligen Legenden, Kämpfen zwischen Himmel und Hölle, ein Satz der Engel etc. Geprägte Literatur sei eines christlichen Königs würdig. Dabei muss als Hintergrund beachtet werden, dass die Türkenkriege in den 1660er Jahren neue Kreuzzugsgedanken aufkeimen ließen. Die Des Marz de Saint-Sorlin selbst in einem Avis du Saint-Esprit-Aureu formulierte. An der Spitze eines christlichen Heeres solle Ludwig XIV die heidischen Staaten wie Holland und England besiegen, um dann mit massiver Unterstützung Europas gegen die Türken im Osten Europas zu einem neuen Kreuzzug aufzubrechen. Die christliche Wendung der Herrschaft des sich ganz säkular gebenden Ludwigs XIV war also vor allem auch eine Frage der politischen Perspektive, die dem König für sein weiteres Wirken angeboten wurde. Dagegen zog Nikolaus Bollo in seinem Art Poetik zu Felde, indem er diese Konzeption des Marz de Saint-Sorlins lächerlich machte und den Einsatz der antiken Götterwelt pries. Zuvor hatte des Marz de Saint-Sorlin, der bereits dem Tode nahe war, Charles Perrault als seinen intellektuellen Erben und den Sachwalter einer im christlichen Sinne modernen Literatur eingesetzt. Es ging also weniger um die Vorbildgeltung der Antike als um die Frage, ob eine aktuelle französische Literatur auf der symbolischen Ebene der poetischen Formen das Bündnis mit der katholischen Kirche vorführen sollte, oder im Sinne einer relativen Autonomie der künstlerischen Formen weiterhin mit den Mitteln der antiken Kulturen eine moderne französische Literatur produzieren könne. Das Modell dafür hatte beispielsweise Jean de la Fontaine in seinen Fabeln geliefert, in denen Handlungsstränge antiker Erzählungen zu Texten des 17. Jahrhunderts verarbeitet wurden. Da auch Charles Perrault feststellen musste, dass einer von christlichem Apparat bestimmten Literatur kein Erfolg beschieden war, setzte er in zunehmendem Maße auf das Wunderbare der märchenhaften Erzählungen und lieferte auf diese Weise eine eigene Antwort auf den Streikpunkt der Ancients und der Modernis, indem er sich aus dieser Linie zurückzog und ein weltliches Mehrwehe erzeugte, das weder der Antike noch dem Christentum verpflichtet war. Internationale Auswirkungen Da die französische Quelle bereits innerhalb einer längeren europäischen Tradition von Auseinandersetzungen mit ähnlichen Strukturen stand, wurde der Streit zwischen Perrault und Boyle schnell auch jenseits der Grenzen Frankreichs bekannt und in verschiedenen Ausformungen an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Noch während der Diskussionen in der Académie Française veröffentlichte Sir William Temple als Reaktion a von Nellis Degression S.U.R.L.E. Ancients E.L.E. Modernis seinen Essay upon the Ancient and Modern Learning. Auf den wiederum reagierte William Wharton mit seinen Reflections upon Ancient and Modern Learning. So entwickelte sich auch in England ein Streit, in den zudem Richard Bentley und Alexander Pope eingriffen. Ihren gängigen Namen Battle of the Books bekam die englische Debatte von Tempels Sekretär Jonathan Swift, der 1704 ebenfalls, wenn auch anonym, einen Beitrag unter dem Titel Full and True Account of the Battle for Last Friday Between the Ancient and the Modern Books in St. James S. Library veröffentlichte. Als deutsche Variante des französischen Quelle kann man die Auseinandersetzung zwischen Johann Christoph Gottschett, Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger über das Wunderbare betrachten. Einen wichtigen Beitrag für den Transfer des französischen Streites in den deutschsprachigen Raum leistete Johann Joachim Winkelmann mit seinen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst von 1755. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erscheint die Quell-Thematik erneut bei Gotthold Ephraim Lessing und gegen Ende des Jahrhunderts dann in den Schriften Johann Gottfried Herders, Friedrich Schillers und Friedrich Schlegels Forschungsbeiträge Monografie in Güler Alper Der Streit der Alten und Modernen in der deutschen Literatur bis um 1750 Meyer, Pex 1939 August Buck Die Quell des Ancient C des Modernes im italienischen Selbstverständnis der Renaissance und des Barock Steiner, Wiesbaden 1973 Joan E. Tegin Ancients Against Moderns Culture Wars and the Making of Haffin Desil University Press Chicago Il. 1997 ISBN 0-226-141373 Hubert Gelott La Quell des Ancient C des Modernes en France De la Difense Illustration de la L'enfrancaise aux Paralleles des Ancient C des Modernes Sletkine Genf 1968 Achim Hölter Die Bücherschlacht Ein satirisches Konzept in der europäischen Literatur Eistesis Verlag Bielefeld 1995 ISBN 3-89528-1158 August S. I. I. Quell des Literaires aux Memoirs pour servir à l'histoire des Revolutions de la Republique des Lettres Depuis Homere Juste en O.S. Jour Sletkine Genf 1967 Hans R. Jaus Literaturgeschichte als Provokation Surkamp Frankfurt M. 1997 ISBN 3-518-10418-7 Peter K. Capica Ein bürgerlicher Krieg in der gelehrten Welt Zur Geschichte der Quereld des Ancient C des Modernes in Deutschland Fink, München 1981 ISBN 3-7705-1927-2 Hans Korthum Charles Perrault und Nicolas Beulow Der Antike Streit im Zeitalter der klassischen französischen Literatur Rütten und Löning Berlin 1966 Werner Krauss Werner Krauss Hans Korthum Antike und Moderne in der Literaturdiskussion des 18. Jahrhunderts Akademie Verlag Berlin 1966 Reinhard Krüger Christoph Oliver Mayer Institutionelle Mechanismen der Kanonbildung in der Akademie Française Die Querelde des Ancient C des Modernes im Frankreich des 17. Jahrhunderts Peter Lang Frankfurt M. 2012 Urs Müller Feldkontakte, Kulturtransfer, kulturelle Teilhabe Winkelmanns Beitrag zur Etablierung des deutschen intellektuellen Felds Leipziger Universitätsverlag Leipzig 2005 ISBN 3-86583-0358 Thomas Pago Gottschett und die Rezeption der Quereldes Ancient C des Modernes in Deutschland Untersuchung zur Bedeutung des Vorzugsstreits für die Dichtungstheorie der Aufklärung Verlag Meidenbauer, München 2003 ISBN 3-89975-032-2 Hippolytherie Gault Histoire de la Quelle des Ancient C des Modernes Franklin Books, New York 1965 Hans G. Rötzer Traditionalität und Modernität in der europäischen Literatur Ein Überblick vom Attizismus-Agenismus-Streit bis zur Quereldes Ancient C des Modernes Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1979 ISBN 3-534-076117 Jochen Schlobach Zyklen-Theorie und Epochen-Metaphorik Studien zur bildlichen Sprache der Geschichtsreflexion in Frankreich von der Renaissance bis zur Frühaufklärung Fink, München 1980 ISBN 3-7705-1282-0 Marie-Louise Spiekermann William Wottens Reflections upon Ancient and Modern Learning im Kontext der englischen Quereldes Ancient C des Modernes Lang, Frankfurt M. 1981 ISBN 3-8204-5885-9 Peter Songdi Antike und Moderne in der Ästhetik der Goethe-Zeit Hegels Lehre von der Dichtung in Ders Poetik und Geschichtsphilosophie H. G. von Senta Metzuar Frankfurt M. Surkamp 2001. ISBN 3-518-276-409 Peter Songdi Von der Normativen zur Spekulativen Gattungspoetik Schelingsgattungspoetik In Ders Poetik und Geschichtsphilosophie H. G. von Wolfgang Fiedkau U. R. M. Surkamp 2001 ISBN 3-518-276727 Aufsetzen Manfred Fuhrmann Die Quereldes Ancient C des Modernes der Nationalismus und die Deutsche Klassik In Bernhard Fabian U. R. Deutschlands kulturelle Entfaltung Die Neubestimmung des Menschen Kraus München 1980 ISBN 3-601-0-0-0-1-4-8 Seite 49-67 Hans R. Jaus Antiqui, Moderni, Quereldes Ancient C des Modernes In Joachim Ritter Historisches Wörterbuch der Philosophie Schwabe, Basel 2007 ISBN 978-3796501159 Hans R. Jaus Ästhetische Normen und geschichtliche Reflexion in der Quereldes Ancient C des Modernes In Charles Perrault Parallele des Ancient C des Modernes On C. E. Kiri Gadelea Cilis Heinzes Eidos Verlag München 1964 Seite 8-64 Peter K. Kapitscha Dichtung als Bienenwerk Traditionelle Bildlichkeit in der Imitation Lehre In Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft Jahrgang 9 Seite 79-101 Peter K. Kapitscha Der Zwerg auf den Schultern des Riesen In Rhetorik Ben 2 Seite 49-58 Till R. Kuhnle Quereld In Gerd Oedding Historisches Wörterbuch der Rhetorik Niemeyer, Tübingen 2005 ISBN 3-484-68100-4 BN 7 SP 503-523 Fritz Martini Modern Die Moderne In Paul Merker Werner Kohlschmidt U. R. Realexikon der deutschen Literaturgeschichte D. Gräuter Berlin 2001 ISBN 3-11-017252-6 Karl Menges Herder und die Quereldes Ancient C des Modernes Eine wirkungsgeschichtliche Replik In Walter Haug Wilfried Bahner Ethische kontraästhetische Legitimation von Literatur Traditionalismus und Modernismus Kontroversen um den Avantgardismus Niemeyer Tübingen 1986 ISBN 3-484-105321 Seite 154-160 All in Idast Les Gens de Paris et Les Gens de Versailles In Louis Godard de Donville D. D.U.N. D.U.N. Siela L. Outre Ancients e Modernes Edition du CNS Paris 1987 E.S.B.N. 2-9021-3504-1 Seite 159-165 Disc 166-166-169 Maike Oergel Ende der Querelde Deutsche und britische Definitionen der modernen Identität im Kulturschatten der Antike 1750-1870 In Horst Töck, Geser von Essen Unerledigte Geschichten Der literarische Umgang mit Nationalität und Internationalität Wallstein Verlag Göttingen 2000 ISBN 3-89244-3688 Seite 72-99 Volker Roloff Tradition und Modernität Aspekte der Auseinandersetzung zwischen Engines und Modernes Verlag Hobbing, Essen 1989 ISBN 3-9204-60251 Seite 1-12 Jürgen von Stackelberg Das Bienengleichnis Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Imitation In Romanische Forschungen Band 68 Seite 271-293 Jürgen von Stackelberg Die Quereldes-Engine-C des Modernes Neue Überlegungen zu einer alten Auseinandersetzung In Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung Band 6 Seite 35-51 Jürgen Wilke Der deutsch-schweizerische Literaturstreit In Franz J. Urs Brock Helmut Kopmann Formen und Formgeschichte des Streitens Der Literaturstreit Niemeyer, Tübingen 1986 ISBN 3-484-10526-7 Seite 140-151 Siehe auch Epigone Genie Klassizismus 1p 3 p 6 1p 3 p 6 1p 4 Magnus